und wollen wissen, ob tatsächlich Korruption im Spiel war. Kein Interview. Schriftlich erklärt man, es liegen uns keinerlei Hinweise vor, die bezüglich dieses Zulassungsverfahrens einen Korruptionsverdacht gegen Mitarbeiter des BGA zuließen. Auch Soloft der Firma Pfizer ist in Deutschland zugelassen. Es ist vom gleichen Wirktyp wie Prozac. Die verstorbene Frau von Lothar Schröder nahm Soloft. Als sie sich im April 2005 das Leben nahm, stand auf dem Beipackzettel nichts von einem Selbstmordrisiko. Erst später erfuhren deutsche Patienten davon. Es ist verständlich, dass Firmen eine Information, dass Mittel macht Suizide, nicht gerne haben und sich dagegen wehren und alle Tricks benutzen, um zu verhindern, dass die Information in eine direkte Warnung an Patienten übersetzt wird. Und anscheinend waren sie da erfolgreich. Bei Pfizer ist man in Partylaune. 531 Millionen Dollar hat die Firma 2007 weltweit mit Antidepressiva wie Soloft umgesetzt. Im neuen Historischen Museum Berlin feiert der Pharmakonzern im großen Stil den Umzug in die Hauptstadt. Kein Interview. Auf unsere Frage, seit wann die Firma von dem Selbstmordrisiko wusste, heißt es in einer E-Mail lediglich, Im Oktober 2005 wurden die deutschen Texte entsprechend geändert. Mehr als 10 Jahre nach deutlichen Warnungen. Für Monika Kranz kam der Hinweis im Beipackzettel zu spät. Nur um wenige Monate. Vertuschung, Bestechung, Manipulation. Schwere Vorwürfe. Die Pharmaindustrie gibt, schätzen Experten, nur 10 Prozent ihrer Einnahmen für Forschung aus. 40 Prozent dagegen für die Vermarktung. Werden dabei Patienten getäuscht? Lothar Schröders Frau erfährt seinerzeit aus der Apotheken-Umschau von den neuen Antidepressiva. Daraufhin geht sie zum Arzt, lässt sich Soloft verschreiben. Ihr Mann hält die Zeitschrift heute für mitverantwortlich, am Tod seiner Frau. Also ich glaube heute, dass die Informationen, die in der Apotheken-Umschau veröffentlicht wurde, genannt wurde, nicht objektiv ist. Dass die sehr stark von der Pharmafirma, von den Pharmafirmen beeinflusst wird. Und dass dort mehr oder weniger unkritisch die Werbebroschüren der Pharmafirmen weiter wiedergegeben werden. Lassen Verlage so etwas tatsächlich zu? Wir treffen den Marketingmanager einer der größten deutschen Pharmafirmen. Ginge er offen vor die Kamera, fürchtet er, wäre er sein Job los. Die Pharmaindustrie und die Verlage pflegen, so sagt er, enge Beziehungen. In den Zeitungen und Zeitschriften werden nicht zufällig Artikel abgedruckt. Die Pharmaindustrie ist ein großer Anzeigenkunde. Wir geben Artikel in Auftrag oder lassen unsere Professoren in unserem Sinne Texte schreiben. Man ruft den Anzeigenleiter an und der organisiert, dass die Artikel dann gedruckt werden. Sogar bei der Apotheken Umschau, die sich ja gern so unabhängig gibt, konnten wir schon unsere Experten unterbringen. Lesen, was gesund macht. So wirbt die preisgekrönte Apotheken Umschau. Rund 19 Millionen Menschen lesen sie. Eine der auflagenstärksten Zeitschriften. Können Pharmafirmen hier wirklich Einfluss nehmen? Ist es sogar möglich, in solchen Massenzeitschriften für verschreibungspflichtige Arzneien zu werben? Laut Gesetz ist das verboten. Wir wollen das herausfinden. Gründen zum Schein eine Pharmafirma. Der Name? Agent Pharmaceuticals. Er ist frei erfunden. Dazu denken wir uns ein Medikament aus. Ein Antidepressivum soll es sein. Volazin heißt unser Fantasieprodukt, für das wir eine Hochglanzbroschüre erstellen. Unser Werbeslogan? Das erste Antidepressivum, das weniger verspricht. Weniger Nebenwirkungen. Wir erfinden auch eine wissenschaftliche Studie samt Erfolgskurve und behaupten schlichtweg, Volazin macht Genesung leichter. Für unsere Scheinfirma mieten wir ein paar Tage lang Büroräume an. Wir nehmen Kontakt auf mit der Apotheken Umschau und Anzeigenberatern zahlreicher großer Verlage. Wir geben vor, dass wir für unser verschreibungspflichtiges, noch nicht zugelassenes Medikament eine groß angelegte Werbekampagne starten möchten. Wir drehen mit versteckter Kamera und bitten um Beratung. Und tatsächlich. Alle eingeladenen Anzeigenberater erscheinen. Sie kommen aus ganz Deutschland. Zuerst die Vertreterin der Apotheken Umschau. Sie will uns davon überzeugen, dass sich eine Kampagne für unser Medikament vor allem in der Apotheken Umschau lohnt. Es ist nicht zu unterschätzen, dass die Zeitschrift in der Apotheke an die Patienten abgegeben wird. Der Apotheker hat doch einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Viele glauben doch, mein Apotheker würde nichts abgeben, was nicht stimmt. Ich meine, insofern ist die Glaubwürdigkeit der Anzeige einfach höher. Wir fragen, ist es möglich, die Redaktion zu beeinflussen? Wenn ihr Medikament was Neues ist, dann mache ich die Redaktion darauf aufmerksam und die Redakteure schreiben dann was dazu. Aber ich sage ganz ehrlich, dass das nur gemacht wird, wenn sie tatsächlich eine Anzeige schalten. Das ist dann der Deal. Eine vierfarbige Seite beispielsweise kostet in der Apotheken Umschau 57.470 Euro. Wir würden ihnen aber dann ein Paket schnüren. Und dann wollen wir noch wissen, ob wir ins Paket auch unsere eigenen Wissenschaftler einbringen können. Das ist kein Problem. Ich weiß, dass die Firma Pfizer auch schon mal mit ihren Meinungsführern zum Redaktionsgespräch bei uns war. Das war ein super Gespräch. Und später gab es dann einen dementsprechend positiven Artikel. So offene Bereitschaft erstaunt uns. Wir zeigen die Aufnahmen Experten für Patientenschutz. Ich bin wirklich überrascht, wie leicht das ist. Wir sind in der Vergangenheit schon auf einige solche Beispiele gestoßen. Meistens kann man das ja aber gar nicht nachweisen, dass Pharmafirmen direkt dahinter stecken. Und mit welcher Leichtigkeit sich Redaktionen der Pharmaindustrie hingeben, das hat mich wirklich geschockt. Gerade die Apotheken Umschau wird ja von vielen älteren Menschen gelesen und Patienten gelesen, die eben, weil sie in der Apotheke sind, eben die Umschau mitnehmen. Und deswegen ist das besonders verwerflich, denn von einer solchen Zeitschrift würde ich natürlich erwarten, dass sie einen hohen Anspruch an ihre Unabhängigkeit von der pharmazeutischen Industrie auch in ihrer Praxis umsetzt und nicht nur im Schilde führt. Wir fragen nach. Der Wort- und Bildverlag, bei dem die Apotheken Umschau erscheint, betont seine Unabhängigkeit und stellt fest, Zitat, dass eine Platzierung redaktioneller Inhalte durch Unternehmen oder Personen mit gewerblichen Interessen im Sinne einer neutralen und sachlichen Berichterstattung ausgeschlossen ist. Und weiter heißt es, eine Möglichkeit in unseren Magazinen gezielt firmennahe Wissenschaftler einzubringen, besteht nicht. Wir bekommen wieder Besuch. Diesmal erscheint eine Vertreterin von Condé Nast, dem Verlag für Hochglanzmagazine wie Vanity Fair, Myself, Glamour und Vogue. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel nicht erlaubt ist. Für sie kein Problem. Zumal wir versichern, Geld spiele keine Rolle. Prompt hat sie eine Lösung parat. Wir gestalten ihnen eine Promotion-Anzeige. Ganz klein, kaum lesbar steht da Promotion drüber. Die Leute merken das nicht, lesen das wie einen normalen Artikel. Sie stellen uns Bildmaterial und Text zur Verfügung. Wir haben eine ganze Abteilung, die das dann zum Beispiel für die Vogue oder Myself gestaltet. So ist es easy für sie. Die Leser denken dann, ach, das ist ja interessant, was über Depressionen. Ich lasse ihnen dazu mal einen Layout-Vorschlag zuschicken. Nur wenige Tage später kommt der versprochene Vorschlag für die Kampagne unseres erfundenen Medikaments Volazin. So könnte die Anzeige aussehen, die in der Vogue erscheinen würde. Man schlägt uns für unser Antidepressivum ein eigenes Konzept vor. Darin heißt es, das Themenfeld Depressionen und die damit verbundenen Einschränkungen in der Lebensqualität werden ausführlich behandelt. Damit schaffen wir eine gelungene Überleitung zu Volazin. Man schlägt uns eine Wiederholung in mehreren Ausgaben vor für die maximale Verbreitung. Und weiter heißt es, durch O-Töne von Experten, Mediziner, Forscher und zusätzliche Tipps wird die Leserin optimal mit der Thematik vertraut. Die Seiten werden im Vogue-typischen Redaktionsstil getextet und sind damit perfekt auf die Vogue-Leserschaft zugeschnitten. Für Verbraucherschützer wäre all das ein klarer Gesetzesverstoß. Eine als Artikel getate Anzeige ist Verbrauchertäuschung, weil dem Verbraucher suggeriert wird, er bekäme hier ein recherchiertes Produkt einer Zeitschrift und in Wahrheit ist es Werbung. Und wenn es sich um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt, ist das auch noch verboten, denn in Europa darf für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht geworben werden. Wir fragen nach bei Condé Nast. Schriftlich antwortet man, Zitat, es ist nicht möglich, Anzeigen oder Promotion-Anzeigen für verschreibungspflichtige Medikamente zu schalten, da wir nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Und weiter, sollte ein derartiger Fall vorgekommen sein, kann es sich nur um einen individuellen Fehler handeln, der sich unserer Kenntnis entzieht. Dann besucht uns ein Anzeigenberater des Bauer Verlags, des größten Zeitschriftenverlags Europas. Titel wie Tina, Laura, Neue Post, Auf einen Blick und TV Movie erzielen Millionenauflagen. Wir weisen ihn auf das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel hin. Auch er weiß Rat. Wir regeln das so. Wir machen dann ein redaktionelles Special. Ein Gesundheitsspezial. Das ist dann tatsächlich eine Auftragsarbeit von Ihnen. Das könnte in der Tina, der Laura oder auch in der TV Hören und Sehen erscheinen. Steht da denn Anzeige drüber? Nee, darauf sollte man lieber verzichten. Hätten wir redaktionell freie Hand? Genau. Es wird kein Wort erscheinen, das Sie nicht freigegeben haben, weil es für uns quasi eine Auftragsarbeit ist, die wir auch in Rechnung stellen würden. Verbraucherschützer kennen solche Methoden und sind machtlos. In der Regel geht so eine Anzeige ein, zwei, drei Mal durch. Und bis wir sie entdecken und abgemahnt haben, ist in der Regel die Kampagne auch abgeschlossen. Insofern ist es für den Verlag relativ risikolos, danach dann Unterlassung zu erklären von uns gegenüber. Von daher kommen wir leider mit unseren Instrumenten immer etwas zu spät. Auch beim Bauer Verlag fragen wir nach. Zitat In der Bauer Verlagsgruppe gibt es eine klare Anweisung der Geschäftsleitung, dass Anzeigen und redaktionelle Berichterstattung nicht miteinander vermischt werden dürfen. Über redaktionelle Beiträge entscheiden allein und eigenständig die Redaktionen. Auf dem Pharma-Markt herrscht ein erbitterter Wettbewerb. Um jeden Patienten wird gekämpft. Die Industrie entwickelt immer neue Verkaufsstrategien. Das ist der siebenjährige Dominik. Ein quicklebendiges Kind, manchmal kaum zu bändigen. Aber er hat Schwierigkeiten sich länger zu konzentrieren. Ärzte diagnostizierten schnell ADHS, das sogenannte Zappel-Philip-Syndrom, verreiben ihm ein Medikament. Danach geht es dem Jungen immer schlechter. Er weinte viel, war anhänglich, zum Teil, dass wir dachten, wenn es so weitergeht, geht er Richtung Depression, Übelkeit, Erbrechen, Er hat kaum zugenommen. Das Medikament heißt Stratera und soll zappelige Kinder und Jugendliche den ganzen Tag lang ruhig halten. Tausende Kinder nehmen Stratera in Deutschland. Weltweit sind es 3,5 Millionen. Für die Pharmafirma Lilly ein Riesengeschäft. Das wird ja eingesetzt bei im Prinzip im Wesentlichen gesunden Kindern. Die sind nur zappelig, unruhig, können sich schlecht konzentrieren. Das hat oft keinen Krankheitswert, das ist nervig für die Umwelt. Es ist sehr fragwürdig, Kinder mit so stark wirksamen Medikamenten zu behandeln, mit erheblichen Nebenwirkungen. Es ist ja nicht nur die mögliche Selbstmordneigung, es gibt noch weitere schwerwiegende unerwünschte Wirkungen. Das steht in keinem Verhältnis zu dem äußerst zweifelhaften Nutzen dieses Medikaments. Denn die Liste der Nebenwirkungen von Stratera ist lang und bekannt beim Bundesinstitut für Arzneimittel. Es gab 234 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Stratera seit der Einführung im Jahr 2005. Darunter Herzschwächen, Hörstürze, Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen. Laut Behördenliste starben vier Kinder. Das jüngste Kind war drei Jahre alt. Todesursachen, Selbstmord, Herzinfarkt, Gehirnschlag. Der 17-jährige Tom bekam jahrelang von seinen Eltern Stratera. Er will nicht erkannt werden. Das Medikament, sagt er, habe seine Persönlichkeit, sein Selbstvertrauen zerstört. Schließlich Das meChat hat. Und otheso